Er war einfach nicht mehr da! Natürlich nicht! Er ist ja weggefahren! Shit happens! Jeder ist ersetzbar, das weiß man doch. Ich habe ihr mein ganzes Leben erzählt. Es gefällt ihr, dass ich im Klankenhaus arbeite. Woher kommt die Million? Welche Million? Ich war schon so neugierig auf ihn. Vielleicht sogar ein bisschen verliebt. I'm free! I am free! Seine Leiche passt überhaupt nicht zu meinem schönen Abschiedsbrief. Warum gehen Sie nicht zur Polizei? Mal sehen Sie mich! Das lasse ich mir nicht gewahlen. Ich schicke meine besten Kille nach wie jeder! Sie war etwas ganz Besonderes. Sie brachte mich geschätzte hundertmal zum Lachen und gezählte fünfmal zum Orgasmus. Ich schicke meine besten Kille nach. Ich schicke meine besten Kille nach. Das schicke meine besten Kille nach. Ich schicke meine besten Kille nach.